Hallo, ich bin Thomas Gage von Robert Ebi, Standortleiter des Regionalzentrums in Ersingen. Mein Name ist Patrick Röttlisberger, ich bin Werkstattleiter hier bei Robert Ebi in Ersingen. Eure Erntemaschine muss während der Saison laufen. Der Expertscheck nach der Saison ist die Basis dazu. Dank einer sehr detaillierten Checkliste können unsere erfahrenen Servicetechniker eure Maschine auf Herz und Nieren durchchecken. Und somit bringen wir eure Maschine weiterhin sehr zuverlässig ins Feld. Die Erntesaison ist geschafft. Zeit für einen Expert-Check. Hohe Leistung bei geringem Körnerverlust ergibt sich durch eine perfekte Vorbereitung. Der Dreschtrommelantrieb wird auf Leichtgängigkeit der Drehzahleinstellung überprüft. Schnecken und Elevatoren werden kontrolliert, um eine erstklassige Getreidequalität sicherzustellen. Die Funktionalität des Ertrags und Feuchtesensors wird geprüft. Durch die Überprüfung von bis zu 130 Punkten nutze ich werksaktuelle Checklisten und Felddaten vergangener Erntesaisons. Die Inspektion umfasst alle für die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit relevanten Funktionsbereiche. Diese Checkliste steht uns als Servicetechniker exklusiv zur Verfügung. Die korrekte Einstellung der Einzugsketten und des Entleerrohrantriebs werden kontrolliert, um ein sanftes und effizientes Dreschen und Abtanken zu gewährleisten. Ihre Dreschleistung hängt direkt mit der Profilhöhe der Schlagleisten zusammen. Abschließend überprüfe ich den Zustand der Zuführbauteile, Antriebskette, Kettenräder und Rutschkupplung für eine optimale Leistung des Erntevorsatzes. Meine langjährige Erfahrung hilft mir dabei. Das Ergebnis ist ein Bericht mit einer umfassenden Übersicht zum Zustand Ihres Mähdreschers. Zusammen mit meinem fachmännischen Rat zu den neuesten verfügbaren Nachrüstsätzen und Zusatzausstattungen können Sie so aus Ihrer Maschine die optimale Leistung herausholen. Nach dem Expert-Check bekommt ihr von uns eine umfassende Übersicht über den Zustand Ihrer Erntemaschine. Und ihr selber entscheidet, welche Arbeiten sollen durchgeführt werden. Damit eure Erntemaschine auch in der nächsten Saison zuverlässig arbeitet. Freibahret jetzt noch einen Termin für den Expert-Check und profitiert von den attraktiven Angeboten. Wir freuen uns auf euren Anruf. Euch, ein Robert-Ebi-Team, Ersigen. Ich researchers, einige Fehler zu wünschen. Ich rufe begegnet, wieв Flust verlässengler. Ich rufeiereitheil.